Hallo und Grüß Gott meine Dreamies und herzlich Willkommen zum nächsten Part unseres Abenteuers in Pokémon Purpur. Wir sind in diesem absolut geisteskranken Void. Ich liebe diesen Wald, er ist absolut Hammer. Es ist mein liebstes Gebiet bis jetzt in der ganzen Region. Ich werde mich da auf alle Fälle im Nachhinein nach diesem Projekt noch länger aufhäuten. Ich bin bereit, dass der Moment der Blas ausmaterial sind. Ich werde mich da auf alle Fälle in den Augen, und bis jetzt auf alle Fälle in der Katze, wenn ich jetzt in der Katze. Und das Wiese wurde ich ein halbeschlim deer. Ich bin bereit, dass das Beste ist, dass ich nicht alle Fälle aufgegeben. Das Gebiet ist einfach ultra schön, es hat so ein Bambus Void Player und asiatische Einflüsse und ich liebe das einfach absolut geisteskrankes Design von dem Gebiet und jetzt nehmen wir die letzte Team-Star-Festung ein. Nastyplot Grogunk? Okay, ja. Nastyplot nur. Die Bulldoze Spider. Ich liebe diesen Track. Er holt mich jedes Mal wieder ab. logg. Okay, er nimmt so einen geilen Vogel aus, ist aber jetzt in Outrage gelockt, das heißt perfekter Zeitpunkt für die geile. So, und dann haben wir die Wachen von Team Star eliminiert. Hasta la vista, wie sehr so alle Wachen ausgenockt, dann ab in die Basis, Zeit Eri, die geile zu stürmen, Zeit Eri, die geile zu stürmen, ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht noch was anderes mitnehmen, aber ich glaube großartig gegen Kampf haben wir nix. Ein Level 18 Kuriogl. Wir könnten ihn wie Loser mitnehmen, weil das ist ein Psycho-Man. Dann könnten wir Lokiks daheim lassen. Wir könnten Bombardier mitnehmen. Blöde, da ist Parva, können wir mitnehmen, weil das wäre Psycho-Man. Na, lassen wir es mal so. Dann reviven wir noch schnell einen geilen Vogel und heilen einen geilen Vogel hoch. So. Dann geht's in die Basis rein. Ein. 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 Das war's für heute. Das könnte diesmal etwas knapper werden. Das war's für heute. 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 Und zwar noch mal jetzt. Ja, dann können wir die oder ab und ab machen. Genau das wars ch pred Xperia. Das war's für heute. Ich habe mich doch nicht geteilt, das war eine Asian Musik. Jetzt wird dieser Wald umso geiler. Beste Route ever. Jetzt müssen wir diesen Scheiß hinter uns bringen, damit wir das Let's Play beenden können. So, dann zeig er mal, was du kannst, Bombardier. Natürlich wissen wir jetzt. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Das reicht nicht. Ach du meine Güte. Nun haben wir einen geilen Vogel. Sucker macht nicht allzu viel. So, jetzt kommt schon der Affe rein. Okay. Dann brauchen wir jetzt einen Tailwind. Du hast einen super effektiven Psy-Karte hoch, du bist schneller als der Affe. Schaut nicht so aus. Damn it! Was mache ich gegen den? Du bist ein geiler Fisch, du lebst. Uh, ja. So, dann kommst du jetzt bitte raus. Dann geht jetzt Tatsugiri rein und stirbt bei uns. So, dann kann ich den Fisch nochmal hochheilen. Hatsugiri stirbt an der Stelle. Wir können in unser Tinker gehen und am effektiven Playerath raus verlangen. So. Aus Combat resisten wir. Sehr schön. Alles, was von Persimien kommen sollte, sollten wir resisten. Wir suchen unseren Fairy-Type. Wir sind schneller, wir sind jetzt mit Terra-Crystallized. Wir machen Häufe. Das gibt es ja nicht. Wie bulky sind diese Viecher? Der Euda-Forder. So. Der Simien down. Jetzt kommt wahrscheinlich das K. da. Lucario. Okay. Du hast also nur Lucario. Aura-Sphäre. Okay. Solange nur Aura-Sphäre drückt, ist alles gut. Dann haben wir das jetzt gewonnen. So. Weil wir heilen uns jetzt nochmal. Wir tanken jetzt nur zwei Aura-Sphären. Und dann sollten wir das geschafft haben. Wir machen es auch nur zwei. Wir machen es aber nur ein Force. Okay. Wir machen ganz einfach nur die Erleiterung. Wir machen es lieber sie denn. Wir machen das aber auch noch nicht. Wir machen es aber auch besser. Wir machen es aber nicht. Alles gut, wenn wir das sehr gut machen können. Spin out, ist super effektiv, okay. Yikes. So, Tinkerton reviven. Gut, dann können wir auf Side-Cut gehen. Macht okayen Damage. Stamina, okay. Das ist schlecht. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ja, gut, dann. Einde ich den Part für jetzt, die Liga-Kleine-Grind-Session. Man sieht's in der nächsten Part gleich wieder.